Das Tokyo 2020 Qualifikationsturnier Sitzvolleyball der Herren 7 Teams, 1 Ticket Die letzte Chance auf die Tokyo 2020 Paralympic Games Wer gewinnt das Turnier und reist nach Tokio? 1. bis 5. Juni 2021 in der Sportschule Wedau, Duisburg Schaut das Turnier live auf sportdeutschland.tv Das Tokyo 2020 Qualifikationsturnier Sitzvolleyball der Herren